Wir können uns freuen. Endlich kann die Straßenbahn nach Moabit verlängert werden. Nach 50 Jahren ist es endlich soweit und wenn es nach der Linken geht, könnten noch viel mehr neue Straßenbahnprojekte angegangen werden. Denn Straßenbahnen können effizient geplant werden. Sie sind attraktive Verkehrsmittel. Aber der Clou ist vor allem, sie können auch schnell gebaut werden. Dieser Senat will sich offensichtlich viel Zeit damit lassen, Nachverkehrsprojekte zu planen. Wir haben einen viel besseren, durchgerechneten Plan. Er sollte auf uns hören. Die Zukunft gehört der Straßenbahn.